Also wie gesagt, der Herr der Ringe nicht mehr anhanden. Oh, die sind alle tot! Alle tot! Na ja, jetzt sind's doch gar nicht dran. Jetzt ist es bin ich schon. Na. Mach es nicht. Nein, ey. Jetzt sind sie ja. Nein, nein. Nein, das war sehr alt. Inhibitor destroyed. Nach vorn. Ja, mach es. Topdauer, sie ja. Ich hab keine Chance mehr. Turret destroyed. Dann wollen wir es nicht mehr aufbauen. Inhibitor destroyed. Ja, ich glaube, wir müssen sogar rückziehen, jetzt gehen wir alle da drauf und sieg und zurück. Also ich würde mich zumindest zurückziehen. Ich will nicht hier gegen sie fighten. Wir sollten Barron einfach nochmal machen. Ja, das geht auch. Das ist auch nicht so, macht sie jetzt einen Reck dazu einfach. Würde ich sagen. Ah, die verbeugnen uns. Nice. Ah, fix fighten, 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 Kinder. Wow, das ist egal. So, jetzt go! Nachstellen mein Leben fahren, ich geh back. Da oben wärst du wieder, fast der Ars. Ich hab noch die Kilo, ich meine. Nein, voll nicht. Wir lassen da Zeit, verstehst du? Die kriegen nicht mehr die Chance. Also ich will zumindest so versorgen. Ja, schon. Ich hab mich in die Kilo. Nein, voll nicht. Sag das nicht, sag das nicht. Ich hab schon ganz andere Runden umreißen sehen. Ja, gut, das ist alles. Der Yi macht zum Beispiel Solo Baron. Also was willst du? Ja, voll, das ist schon. Also gut, das... Was heißt so eigentlich? Ich weiß nicht, ich mach endlich Damage. Das macht mich, glaube ich. Und er hat full life, also... Not bad. Ja, fix. Ich glaub, wir wissen, wer am meisten Damage war. Von Komi, Yi und Kappa. Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Das erinnert mich jemand an die eine Runde, wo wir beide so gefeated waren. Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll, die waren nie... Im Urf, genau, Urf. Das war damals noch Urf. Das war, das war ja so krass. Urf ist echt geil. Kann man Double EBC abgehen bis zum G-Signal wegficken. Indem man einfach dauernd die Ulti spawnen. Äh, mit der erste Ulti. Dann kann man alles selber tun, oder? Ah, es hat schon Style. Das ist richtig Style, es ist einfach nice. Und wenn du hier überhaupt keinen Schaden kriegst, und immer durchgehenden Mana hast. Und hinter dir kannst du auch die Sperre-Sperre-Sperre-Sperre-Sperre-Sperre-Sperre-Sperre-Sperre-Sperre-Sperre-Sperre. Ihr Alliisten sind nicht lang. Ihr Alliisten sind nicht lang. Yes, Sebu. Scheiße! Ja, ich hätte Sonja es machen können. Ich hab das... ...kurz nicht... Ja, für das braucht er echt. Kaltesbücher holen richtig verdammt. Was? Jetzt habe ich mich gesauert. Ich gehe das Verkaufen jetzt. Verkaufen ist immer das Geist. Das muss man immer machen. Das empfiehlt dir jeder gute Spieler. Verkauf Sachen, damit du andere wieder kaufen kannst. Kein Spaß. Mach das niemals. Warum hast du es verkauft? Weil ich... Ich würde... Das ist scheiße. Wie geht es drauf? Nein, ich verliere nicht. Doch, das verlieren wir jetzt. Fuck, das gibt es nicht. Nein, fix nicht. Nein, der Yi ist da. Das verlieren wir. Habe ich schon. Nein, das nächste. Oh, so hast du es gemacht. Fade, sorry. Okay, der Yi ist einfach zu... Zu stark. Ja, wir müssen jetzt... Ja, wir können jetzt hier einfach schnacken. Ja, gut. Ja, passt. Jetzt gehen wir es eh. Finishen. Wenn alles gut läuft. Ja, also jetzt geht es uns auch. Ich gehe aber nicht vor. Ich gehe aber nicht vor. Geh runter. Halt ja auch nicht ab. Ich kann nichts machen. Dann kann ich nichts machen. Oh, 70 Sekunden ist halt schon. Danke. Du da. Ne, ich weiß aber was soll ich machen. Ich kann nichts machen. Die sollen das nicht abkraten. Oh, das ist so awesome. Das ist so geil. Nein, der soll da reingehen. Das ist asozial so GG, aber das Lustigste. Ja. Okay, das Game zieht sich jetzt schon ziemlich her. Ja, das werde ich sicher karten irgendwann mal. Ja, fix. Ganz ehrlich, keine Zuschauer. Nein, warum geht der da rein? Warum geht der da nah? Ja. Da muss ich auch irgendwo bleiben. Nein, voll voll. Ja, voll voll. Die Gewichte völlig recht in front. Boah, dann sind es echt heiß. Ja, voll. Das ist richtig auerscheiße drin. Es glüht so. Es ist mitten in der Nacht. Ich glaube, das hinter meinem PC war da so viel Wärme ausstrahlt. Ja, voll. Ein heißer Style. Ja, ja. Und vor allem teuer. Richtig teuer. Hier, nice. Guter PC. Ich mache das Fenster. Hier scheiß drauf ein Herz über Grillen. Aber es ist wirklich nicht menschlich. Du hast was falsch verstanden. Im Bio Grillen tun wir uns am Abend und morgen grauen. Grillen. Weil sonst ist das Barbecue nicht schön. Philipp, wir haben über Grenzen geredet. Kannst du dich in diese Gespräche rühren? Was? Komm, wir machen jetzt die GG. Ich will die GG machen. Oh! Nein! 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 Nicht schon wieder! Was soll die Scheiße? Na ja, 9,11,13 bist du Ruin. Ruin, Ruin, Ruin. Ruin, Ruin. Digga, du warst gut. Hundertmal. Nicht besser als ich. Also wenn ihr das noch verkleinert habt, dann weiß nicht was. Nein! Das ist nämlich gerade dabei, dass es so schützt. Komm, hilf ihm! GIE! Hilf ihr, Trim! Sie kann eh nichts, die... 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 Leona. Ich hoffe, dann geht es nur einer tot. Die gehen beide drauf jetzt. Oh, ganz ziemlich. GIE, was der für... Skills... Nein, ich meine, was der für... Lifesteal hat, Alter. Der schlagt einen Minion an und ist wieder full life. Kann auch gute Items bezahlen. Ich weiß nicht irgendwie so. Was hat denn der für Items? Da. Ehe Full Build. Ja, nur Lifesteal. Ja, das ist natürlich evil, also das muss ich sagen. Der hackt ihn kaputt und kriegt gleichzeitig schnell wieder Leben zurück. Wundenbaut. Clearen. Oh, ich bin doch noch clever, ist gut. Wie mir so vor, schau das Game echt ewig. Ha, 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 ha. Ach so, okay, der Blase. Nein, ich muss da jetzt hoch. Scheiß drauf. Was ist denn das eigentlich, was der große Minion da hat? Man, diese fette Blase. Ist das auch neu, ist das? Gern voll. Was nicht mehr? Ich hab ja da drückt ein Drugs. Was ist das? Ehe, ich habe noch. Hä, ich werde noch ein Drugs. Ist das noch in die Drugs? Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ich bin da, die Schlagsflagung, ich bin da. Ich werde jetzt mit Timo unterwegs sein. Oh, pass auf, dass ich keinen Baron machen kann. Verdammt. Da liegt ich auch da. Das ist eine Ausgabe. Wenn man auch nicht sehr schlecht macht. Ich kann auch noch mit dem Gehen. Du hast mich verletzt. Doch, ich habe einen Lifestealer, viel zu wenig für ihn. Ich warte immer, dass irgendwelche Leute mir helfen, bei solchen Aktionen. Dann fällt mir ein, die hören ich ja gar nicht. Dann helfen sie mir nicht. Deine Team ist verletzt, Baron Nashor! Ich gehe auf dein Vollbild. Ja, scheiße. Ich gehe nur auf Offensiv. So, wer ändert es den Kackling? Ja, es ist... Aber es war eine nice Runde, muss ich sagen. Es macht mir aber Spaß, von der Runde zu zocken. Habe ich lange nicht mehr gehabt. Wirklich klar. So, jetzt schauen wir mal. Ich bin im Base. Ah gut, das war's. Nein, voll nicht. Das war's noch nicht. Die Runde macht zu viel Spaß. Nein, ich habe jetzt abkackt. Ich bin im Late Game mit Cutter recht schwach, muss ich ehrlich sein. Und ich habe ihm auf meinen zweiten Account jetzt zockt. Deshalb bin ich insgesamt recht schlecht gewesen. Ja genau. Es gibt ja nichts. Die Kringen. Die gibt's einfach die Basics. Die derfen schon so lange den Kack. Gott, das ist gar ernsthaft. Ich krieg da ja auch schon die ganze Zeit. Nö, das ist erst mal gerade. Nein, es ist immer. Du musst doch einmal sammeln und einmal reingehen und dann hat sie gewiss. Hörst du? jetzt 50 und die display künstlichen länge zu ziehen also hat ja ja und die machen wir es werden ich liebe er es aus dem die flankelte für das bezogen jetzt wurde über zack nämlich beim zacken zuschauen zack jahr barren wo ich die kürze da sind schweiß aus ich bin auch dazu richtig im draufgehen und das nicht gern Nein. Genau das ist ein seitlicher Teil. Und das ist der PC. Ja, vor allem eigentlich ja der seitliche Teil vom PC. Das wollte ich sagen. Nein, der Prozessor. Der ist ziemlich heiß. Der wird mir auch keine Sau helfen von denen, oder? Wir nutzen den noch. Wir nutzen den noch. Wir gehen jetzt nur langsamer. In 51 Minuten, das muss ich in 3 Teile spielen. Da habe ich immer in 3 Folgen. Das ist nicht ganz auf der Pause. Jetzt ist es so gut. Ich kriegts mich nie, Herr Schreiner. Wenn er auf dem Pilz läuft, macht Sonja. Ich lauf auf keinen Pilz. Ich werde nicht nur ein bursches Pilz nehmen. Zum Schluss scherzt sicher kein einziger Team mehr, um irgendwelche Pilze zu verteilen. Ah, doch. Gerade für solche Situationen. Ich werde richtig schon nach Binnen in die Power gehen. Ja, vor. Stimmt doch. Und allein der Timo von deinem Team, der hat da unten in der Mitte Fuchspizza. Ja, die sind eh ziemlich nice gesetzt, muss ich sagen. Der Typ wird's drauf. Timo macht sowieso ziemlich viel Fun. Ja, das ist schön. Boah, da der Damage. Ja, das ist schön. Boah, da der Damage. Boah. 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 Oh, scheiße. Ok, das war's. Nein. Fahler nicht. Boah, ich hab künstliche Länge gezogen. Schaut. Der Sauelous, der haut einen Damage aus, einer Bieste. Nein, ich muss ihn befissen. Not für Sonja. Okay, jetzt aber. Allein Aal, das ist ein Team. Jetzt müssen wir noch die Träger weg. Und ja, sie hat dich nicht. Geht sie drauf? Das ist die Frage. Oh ja, dann habe ich ja eine Hand. Oh ja, das fies mich kurz so richtig ausmachen. Scheiß Team-Kinze. Es ist egal, weil die selbe Runde ist endlos. Oder die legen alle Level 1. Seh schon viel. Nein, und jetzt wird es so richtig interessant. Oh ja. Proben jetzt. Nur der Teemo ist da. Sie haben einen Highlight. Oh mein. Turret Destroys. Turret Destroys. Faced. Das war eine Runde. Ja, bist du behindert? Endlich mal wieder gewonnen. So ein Kram zu meinem Arsch, in meinem Arm und sonst an welchem Körper stellen. Dankeschön fürs Zuschauen und Papa. Tschüss. Mais das ist das Kram Play. Zumal. Kram Play.